Also gut, wir müssen hier ein auf schnell machen, haut doch mal ab, ja nicht mich bashen, haut doch selber ab, ich war zuerst da, eigentlich nicht, aber spielt ja keine Rolle, hehehe, nie, 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 so nicht, meine Herren, meine Bäschen. Jetzt warte ich hier, ich war zuerst, ihr sucht euch einen eigenen Unterschlupf, kein Benehmen, die Leute hier, ja Beste, ist da überhaupt jemand, ja, Entschuldigung, wollte ich nicht, aber gut getan, hehehe, wow, ach das fliegende Alpental ist wieder da, na gut, aber bald nicht mehr. Wahrscheinlich gehen die den Bäschen auch auf die Nerven, sonst wäre ja die Bullseye nicht so effektiv. Bäscht doch die, so geht das, ja, Entschuldigung, wollte die nicht in die Nüsse schiessen, Entschuldigung, hehehe, abtsch, äh, nachladen wollte ich, ah, kann er auch nicht mehr, okay. Okay, nur gut, nur gut, nur gut, nur gut, dann, das sind jetzt wohl hier lang, ne, ich komme, ich komme, ich komme, Mann, könnte ich denn gar nichts, schau mal, so geht das ja nicht in die Mauer schiessen, so geht das, so, wer hat denn jetzt auf mich geschossen, welche feige Sau. Wer war das, wer, Mensch, wer schießt denn hier so, ach das sind die, na warte da, kenne ich nichts, jetzt, haut ab hier, haut ab hier. Mann, die sind gefräsig, meine Fresse. Wer, zieht, äh, halt ab, weg. Mensch, ich hab wirklich keine Munition. Ah, jetzt kommen die nach, woher kommt die nach unten? Wacht ihr auf der Toilette? Hey, jetzt kommen noch solche Fresse. Mensch, mein, ja, ja, Akku ist nicht, du wirst mich wohl von Kakaien. Ne, 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 jetzt sind die Bäschen noch. Die Bäschen noch. Die Bäschen noch. Hey, Passos. Goodbye, gut. liv So wie ihr da habt ihr den Controller an gestirbt und plötzlich ging das Spiel nicht mehr weiter, das heisst, neu starten macht ja nix. Ja, was ist denn? Habt doch keine Angst vor den Bestien, sind doch nur ein bisschen geschützt. Und sonst nix. Jetzt kommen die Fatzkes, die nerven mich total. Wir wissen nicht besser, als auf uns zuzurennen, nee. Ja, kommt doch her, kommt doch her, kommt doch her. Du auch noch? Nee, das mache ich jetzt nicht. Sag mal, könntet ihr die denn auch mal bashen? Nein. Wozu denn, wozu denn? Ey, denn die Sackraten hier. Die wollen eine Armee sein. Armee im Hintern. Okay, was muss ich jetzt machen? Jetzt muss ich hier alles bashen. Gut, ich versuch's. Könntet ihr mir mal Deckung geben, ihr blöden Affen? Also wirklich, das hasse ich, wenn man eigentlich einfach alleine kämpft quasi. Ja, bleib schön stehen und bang! Hat sie gereicht? Kommt schon! Hat es was gebracht? Ich hab irgendwie das Gefühl, nee. Ich treff auch nicht. Keine Munition mit erwart. Ja, was ist denn? Ja, weißt du was? Und ebenso. Ach, hätte ich die bashen sollen? Das weiß ich doch nicht. Das hat mir ja niemand. Und ebenso. Ich hab keine Munition für dich. Und so geht's auch. Was war das jetzt? Okay. Wir nehmen's mal so hin. Hab ich die Bashen hier? Nicht besonders. Ah doch. Okay. Bullseye? Nehmen wir die Bullseye? Ne. Also wir haben ja noch die Bullseye neben den Karabiner. Nö. Keine Lust. Sind sie jetzt Gegner oder nicht? Doch. Doch, doch. Okay, ich muss dem da folgen. Dann folgen wir doch dem! Ne? Mann, ihr seid so nix nutzt. Ja, jetzt haben sie mal eigentlich drei Gegner gebasht. Weißt du wie viele ich schon gebasht habe? Ne? Da staunt ihr Bauklötze. Okay, was ist jetzt? Was ist denn jetzt? Okay. Okay, auf den hab ich gewartet. Nun, wir verkehren uns mal. Und hoffen, er sieht uns nicht. Okay. Er kann das Haus demolieren wie er will. Also. Kurs ändern und weiterformationen einnehmen. Verstanden. Gewinner an Höhe und sind zu neuen Kurs. Wir brauchen einen Plan und Tenant. Er spielt nicht mehr mit. Ein Plan weglaufen. Bang. Nutzt das was? Nö. Nutzt das was? Nutzt das was? Nö. Aber das. Hi. Ja. Du auch noch. Hey! Wo wirst du hin? Bleib gefälligst da, wenn ich mit dir, wenn ich auf dich schiesse. Ja, einfach keine Manieren. Das ist nicht normal. Die wollen uns überrennen. Ja, mit allen Manieren? Nee. Erst mit dem Kurs. Und dann schauen wir da mal weiter. Ja, Bullseye. Klar, nehme ich eine Bullseye. Viel mehr Munition. Warum geht euch die Bullseye Munition nicht für die Bullseye Dingens? Wie heisst es? Wie heisst es? Die Bullseye Mark. Mark 2. Wieso geht euch die Munition nicht für beides? Schlecht. Es wirft kein gutes Licht auf euch. Ja, auch noch. Ist ja gut. Ihr nervt. Ihr nervt total. Ja. Denkt ihr auch nicht? Ich will euch nicht beschen. Nur weil ihr da oben seid. Ah, du blöde Sau. He, wisst doch mal. Ach so. Die anderen lenken mich ab und die kommen. Ja, wie hieß denn das? Ihr spinnt's doch jetzt nicht für Klatschen. Na gut. Nun kommt. Kommt schon. So machen wir das. Ja. Ja. Toll. He he. Habe ich bessere Munition? Wo soll ich denn eine Granate rüberpfeffern? Mal schauen. Hier. Habt ihr schon mal was? He he. Geht doch. So Granaten sind immer noch was feines. Ja ja. Jetzt bist du nicht mehr so laut. Ne. Jetzt ist es fertig mit laut. So Granaten sind einfach was gutes. Das ist ne Granate am Morgen. Vertreib Kummer und Sorgen. Das ist doch so. Ja. Jetzt haltet ihr noch. Habt ihr es gesehen? Ähm. Ähm. Hau. Ab. Hey. Habe ich dann Munition gebrochen? Für. Bullseye Mark? Ich will keine Bullseye Mark. Schechter. Dingens. Was? Du blödes Sau jetzt. Hau der auch wieder ab. Nehm ich die. Nö. Ich nehm das. Ja ja. Dir was wir überpfeffern kann ich auch so. Ach. Diese blöden Egel. Was soll das? Ne, 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 ne. Was kannst du vergessen? Bleib mich bloß vom Leib. Egel heissen sie. Sie zerplatzen. Was ganz fieses. Verschwinde von diesem Planeten. Du ich sagst dir. Du auch. Komm her. Zeig dich. Ist es ein Befehl. Du sollst dich zeigen. Ne, 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 ne. Keine schlechten Einflüsse hier. Okay. Fahrrei. Brauche ich nicht. Danke. Aber ne. Aber nachhaltig. Mann ist da noch einer. Du willst einfach keine Ruhe geben. Ne. Na warte bitte ich das deiner Frau erzähle. Die kommt dich mit dem Nudelholz holen da. Kannst du sicher sein? Kannst du sicher sein? Ich glaube man war ja auch noch so ein Fussi. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Ich weiß was du da wartest. Ja. Hi. Schönes Wetter heute. Ne. Ne. Wieso bin ich echt geduckt? Ach ja. Jetzt weiss ich es wieder. Ja. Kurz nachladen. Hau ab. Schön die Fresse poliert. Mit deiner eigenen Waffe. Das ist ihm das Beste. Magnum. Nehmen wir ne Magnum. Klar. Weg mit der Lark. Machen wir einen auf Dirty Harry. Äh. Ja. Wie geht es jetzt weiter? Hehehe. Äh. Licht an. Licht aus. Also Licht an. Ja. Geht sie irgendwo weiter? Oder? Ja. 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 Muss ich da runter? Ne. Ne ne ne. Da gehe ich nicht runter. Ne 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 ne. Ich bin doch nicht bekloppt. Ich bin doch bekloppt. Muss man da? Ne. Oder? Hä? Ne. Da warten doch diese wieder. Ne 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 ne. Momentan und da. Also da ist ja nichts mehr. Also hier oben. Ich gehs doch nochmal nachschauen. Oder hier oben. Wach doch nix. Bum. 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 Hopf gegen die Wand. Ach so hier. Hier war was. Ein nervenseck genommen. Hier nerfsecki. Ja toll, ist er jut, ist er jut. Wer hat denn die Käfigtür offen gelassen? Meine Fresse! Wer ist denn da wieder? Hauptsache keine Eagle. So, ein bisschen Bäschen. Ein bisschen Bäschen. Das ist er tot. Höhöhöh, Benman. Genau, Benman. I am Benman. Who are you? You are best. Hey, was soll das? Du, die... Du, das durchschiessen? Du, spinnst wohl. Ach komm, was will ich mit dem Lark? Nimm ne Magnum! Jetzt wird aufgeräumt hier, a la Dirty Harry. Genau. Hörst du auf? Du, ja, du. Hör auf so blöde anzuschauen. Oh, nö, 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 nö. Hey, hörst du, äh, 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 ihr spinnt's wohl. Ihr Zipfelklatscher. Ich spinnt's wohl. Wieso? Zu über... Du? Hi. Du wartest schön. Danke. Hehehe. Füsschen in die Luft. Ja, ha. Willst du mal Balletttänzerin werden? Ja, Yoga macht er schon. Schaut euch das mal mal. Äh, äh, äh. Hehehe. Ist ja fies, aber ich weiss. Ja? Jetzt wiegt der so... Schau mal, von hier wiegt der so richtig blau. Wieso ist er hier blau? Ist ja kein blauer Himmel. Egal. Ich lad mal nach. Wieso verbiert das beim Nachladen? Was ist das? Was anderes? Wie gesagt, ich spiel das... Ich spiel das Spiel blind. Ich nehm... ...den Bohr. Und jetzt nehm ich... ...die Bullseye. Ich spiel das. Äh, 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 äh. Wow, 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 wow noch mal und du bist ein paar nüsse weniger ich höre was ich höre was was ach so ha nicht auf einmal nehmen hier so besser 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 aber weg 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 ja ja mann wie viele kommen da noch das muss auch noch sein mensch ihr nervt ok eine Wett und John wieder spaßlos so hat alt Eisen auch das auch so macht man das meine Gebiete wurde erhöht Alter wo kommt denn hier her spisserein ich zieht doch klatschen noch einer nee hat er auch nicht zu raten aber hier sind alle wieder weg hä irgendwie fehlt mir hier gerade die Logik na gut na gut voll ausgerüstet da ist noch einer ihr habt dich doch gebritert wer ist denn hier wer ist denn hier ihr blöden altmetall ihr nervt eins weg so komm her komm her du ouch hab ich dich gemeint na gut den Nachkuss kannst du dir selbst geben bäh bin ich noch baden gegangen ich bin baden gegangen anders kann man es nicht sagen na gut wer Speicher braucht das muss ja gesagt sein ok so geht's auch hehehe hey 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 mal das hier kommt her kommt her kommt her so 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 wer noch wer hat noch nicht wer will nochmal du da und du da du da du da du da sie da sie da und sie da ne jetzt verkümmel dich weg geh baden so du auch man ich treff hier die trefferkunst abgelaufener margarine jaha kommt nur her ich hab was für euch ich darf auch keine Nacht euren Blechdüchsen Enkelkinder erzählen ist jetzt gut boah kurzer Hohn meine Fressi was was wo sei nö kommen noch welche na gut ab nach oben keine Munition mehr ach schade 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 um die Lage irgendwie hab ich ein ganz mieses Gefühl wer stampft hier denn so rum ist ja gut ist ja gut ist ja gut äh na wo ist er denn wo ist denn das kleine beast da ist er hi ja ja hi ja ich muss ich hab das schon gelesen wie es geht das muss man sich gar keine mehr machen hi wie geht's denn so schau mal eine Zähne oder nimm einen Tic-Tac oder band ja ja ist er gut hi wie geht's schau mir in die Augen kleines genau äh hab du gesagt du hast Mund gerucht dann haben sie es ja nicht jetzt ist aber gut ne schüttelte den Kopf hab dir gesagt du hast Mund gerucht und wenn du kein Tic-Tac nimmst ist es selbst schuld dann brauchen sie mich jetzt gar nicht so blöde anzustarren ok 3 zu 1 für dich äh 3 zu 1 für mich hab dich nämlich dreimal gemischt und weil es so schön war machen wir es doch nochmal wir wissen wie krass sie groß sind ja 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 sieh ich Kontakt zum Feind also wenn ihr den nicht seht dann seid ihr selbst schuld also verkriechen hier kann ich mich nennen ne ich geh ganz nach hinten du kannst mich nicht erwischen der mich bäh du bist wirklich ein Tic-Tac ne ok schau mich nicht so blöde an halt die Fresse ich weiss was ich zu so Mund auf und ahhh wie er mich auch schön hier rauf wirft ja das ist ganz was nettes ok ich geh hier mal nach oben ich denke man muss nach oben und zwar ziemlich schnell ich das gerade bemerke ich brauche runterfahren ich bin da ich bin immer noch da ich bin immer noch da und er hat ganz schön hey was soll das fasst das nicht an das ist nicht eins das meins unsere Stadt was denkst du ehrlich also der ist mir echt ne Nummer wenn der mal einen Haufen setzt dann dann setzt er einen Haufen dann kann sie dich ducken hallo ich würde gerne wissen wie es geht sie bald noch irgendwie weiter also bin ich wieder oben achso er macht alles kaputt hier ja hallo ich wusste ja nicht was ich tun soll ging nicht mehr also ehrlich keine manieren mehr die Leute die Gegner von heute keine manieren mehr was soll nur was soll nur runter geht es hier lang ne ja hallo Moment also hier runter was sollte hier ein Fenster sein das uns nach draußen führt da ist nix wo ist denn das Fenster ich versuche es noch ein paar mal der ist will ja wohl gehen ne da muss ich wieder hoch ah versteckt echt gut versteckt und der verliert keine Zeit meine Fresse ok das Fenster hinaus und ich hab die Lark Munition vergessen ja toll gab es nämlich noch was ouch hi oder so he 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 nom nom ja also gut mit mir kann man es ja machen ne schweinebacke du na gut und hinab und hinab und und hinab ich seh nix ich seh nix ha ha und schmeiß mich schön da rein genau danke ok habt ihr das gesehen was es da gibt und das man nicht hochexplosives Zeug ist äh wo bin ich eigentlich hallo so wir haben an der Brücke Sprengladungen angebracht dem und ihm rollt gerade das feld und verstanden hey versuchen sie das Ding unter die Brücke zu locken ja der sucht da ein bisschen und die Brücke locken ihr spielt es wohl jetzt überhaupt Munition ich glaube ich muss die Waffe wechseln wohl sei Mark geht es hier irgendwo nach oben ne geht es nach unten ja geht es weiter ja aber hier was ist hier ich fürchte so langsam ne 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 ihr seid noch nicht dran denk gar nicht mal dran haa ihr nervt verzieht dich ich hab andere Sorgen ja haa hab dich schon gesehen ein Fuss rausgestreckt also gut wir müssen den grossen Levidian oder wie er heisst zu uns locken na dann du bist ne nervsocke haa und du auch weg mit dir ist doch wahr sowas aber auch haa levidian ich bin hier spürst du mich hier habt ihr merkt es gar nicht oder hey huuuu schweinerei blind und taub bin ich abgelaufen ist ok hab ich irgendwie was bullseye ok hab mehr munition ok ich glaube ich muss doch hier lang hi leute ja grüße dich tschöö ach mensch hau doch mal ab hier blöde sau hee hee äh licht ich brauche licht nicht um dich zu sehen um dich zu bashen genau wow weg da äh geht es hier runter hier geht es runter wir abonnieren da runter ja wenn ich noch länger fliege gebt einen knall haaa sei doch nicht zum jammern so dann würde ich was sagen die kurz noch bashen ja tokel doch du nervst hau ab ok lark aufnehmen jo hi ich grüße dich äh ja ziel schau mir in die Augen kleines hier bin ich ja 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 hier bin ich ihr nervse kirk mit altmetall ihr wartet doch so schön selbst schuld warum stehst du auch da drunter ja also du bist ganz selbst schuld wolltest du mich auch fressen ok dann nochmal was so schön war heul doch nicht so rum hey hey pass doch auf naaa was das also nicht das spiel aber der boss ja jetzt kommen die ja ihr seid solche weichflöten echtmann echtmann die dickmanns he 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 jetzt haben sie grosse dicke hosen ne jetzt wo ach da eine bin ja ich na doktori was liegt an oh oah da gibts ne salbe für ja he 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 ja was du nicht sagst man der andere Turm hat ihn aktiviert ja voll krass man islaut genau islaut er ist ja eher ein russ in er ist ein russ quasi was wollt ihr von mir ihr seid nix wert noch ich bin net als berg ich kann das nicht gut nachmachen aber ihr wisst was ich meine der doktoren ja der doktoren ist ein russ der da was ist der rot auge der schiel auge ich trage auch eine brille aber ich darf das sagen was mit scheppert passiert ist kann das hätte ich sein kann ja was du nicht sagst es kann jeder von uns sein jeder hat mal jeder muss sein leben zu leben dass es wert ist zu leben ja 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 also wirklich manchmal frage ich mich nur die bestien nee so niegelnagelneue der seine tür mir aber selber kam er aus dem stopfetzen untenrum an naja leute von heute wenn es gefallen hat daumen hoch und wir sehen uns im nächsten part wo es sicher um das hier geht bis danni und tschüss